Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Hexit! Und ich bin hier für Sicherheitshaber rausgegangen, während ich hier ein kleines Päuschen gemacht habe, damit mich ja nicht die fiesen Creeper wieder ein bisschen in die Höhle runterspringen. Oh cool! Mumien! Mit dabei ist auch wieder die Nanimids, hallo! Hi! Du hast Mumien gefunden? Ich hätte gerne ihre Koordinaten gewusst. Teleportier dich mal bitte schnell zu mir, weil wenn ich jetzt stehen bleibe und nachgucke, dann bin ich tot. Ein Pic-Hunter, LP, Nanimids. Wo, dann darf ich in dem Moment auch nicht springen. Guten Tag! Der Creeper, Creeper! Mumien! Creepers tot? Cool, Mumien! Stirb! Stirb! Die hätte wenigstens noch ein bisschen Toilettenpapier droppen können oder sowas. Hier ist noch einer! Ja! Hast du Angst vor den Gegnern? Nee, aber ich hatte gerade eben noch so ein bisschen... Was war das? Ich wollte nämlich gerade sagen, mit unserer epischen Ausrüstung kann uns ja kaum was anhaben. Warte drauf, dass meine Hose gerade kaputt geht. Ja, da warte ich schon seit 5 Parts drauf, dass deine Hose wieder kaputt geht. Naja, ich habe ja jetzt die geflügelten Schuhe, also untergehen werde ich jetzt nicht mehr so schnell. Auch wenn ich das letzte Mal versorfen bin. Hallo Creepy! Hallo! Äh, Dingsi! Stopp doch endlich, du Vieh! So, Mann ey! Mein scheiß Rechner, der kotzt mich auch immer total an! Weil... Ähm... was fliegt denn hier gerade? Wul-tu-r-r...! Wul-tu-r-r...! Wul-tu-r. 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 Ich bin wieder viel zu weit weg von dir. Hört mir jetzt gerade mal so auf. Da bist du! Ich komm nicht ran. Da kriegt er echt was. Ein Volturer. Das ist ein Vogel auf jeden Fall. Und der dreht sich nur blöd im Kreis. Okay. Was haben wir jetzt hier die Mumie als Special? Achtung hinter die Mumie. Oh. Okay. Trotzdem haben wir auch irgendwie nichts. Wir wollten uns jetzt irgendwo nochmal häuslich einrichten. Ja. Dann sollten wir das mal langsam tun. Ach du blöde Skelett. Danke. Hilfe. Hilfe? Ja das Skelett schießt mich die ganze Zeit runter. Und ich versuche dieses komische Licht auf. Ich hab die Akku auf mich gezogen. Sehr gut. Oh ein Lizard. Der Vogel geht immer höher. Tatsache. Haha ist ja geil. Warte mal. Ich hab doch irgendwo Pfeile und Bogen. Ich auch. Mein Doppelbogen. Ich hab den Treffer von hier. Daneben. Haha. Wir trocken. Oh geil. Ich glaub du schießt grad mich ab. Äh nein. Ich habe zwei Pfeile geschossen. Und der zweite Pfeil hat das Viech galoppig getötet. Nee ich hab auch geschossen. Und der erste Pfeil der ist direkt irgendwo ins Normala geflogen. Es ist jetzt weg. Aber ich glaub nicht dass es tot ist. Ich habe hier einen Lizard Kopf. Hä geil. Haha. Wie witzig. Okay also. Wo wollen wir denn uns. Ähm. Hinmachen. Ähm. Hier war doch rum dazu. Ich hab das Gefühl dass da was ist. Oh. Richtung. Süden. Süden. Na dann auf nach Süden. Hopp. Kann auch sein dass wir grad von da kommen. Aber. Ich musste grad mal gucken. Wie. 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 Wie voll mein. Hier muss doch irgendwo eine Pyramide sein wenn hier. Mumien sind. Wenn hier Mumien sind. Ja. Das ist natürlich korrekt aber. Vielleicht sind die Mumien. Ach da ist was. Da ist ein Dorf und ein Haus. Boah ich bin vergiftet von so einem fucking Lizard. Oh. Hab ich das Gefühl. Vielleicht. Ach man scheiß die Wand an hier. Nein. Hab dann da grad mal was gefunden. Hm. Hast du? Warte ich komm gleich zu dir. Ja. Wenn ich mich hier erstmal von den ganzen Gegnern befreit habe. Ach man du nervst du dummes. Da ist ein Haus. Und ich habe gerade ein Enderman gehört. Wie er schreit. Ich höre auch was. Ich bin nur grad unschließlich was es ist. Wow. Was war das denn? Ein Lizard? Irgendwas hat mich. Ach ne. Das war ein Lizard der ich hier gerade als Enderman in Ziffert habe. Komm. Hallo. Stirb doch mal du dummer kacke Lizard Junge. Komm her. Ach. Mann. 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 Ich bin schon Level 37. Bald wird es auch mal Zeit ein bisschen zu verzaubern habe ich das Gefühl. Möglich. Ähm. Ja. Hier ist jedenfalls ein Haus. Weil ich vorhin ja nochmal gestorben bin und mittlerweile wieder Level 24. Und von da kamen wir glaube ich oder? Ja stimmt von da kamen wir. 13 Robby für einen Emerald. Soll ich die töten? Nein. Wir sind nett. Ich bin ein bisschen Holz mit. Ja ich bin so nett ich habe den hier noch eine zweite Tür reingebaut sozusagen. Ich bin schon wieder total voll. Ja. Scheiße. Entnervig. Entnervig. Ja. Schmeiße die Kokosnüse weg. Hüpp. 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 Und. Hüpp. So. Okay. Also Süden hast du gesagt ne? Ach ich bin blöd ich hab ja Holz einstecken. Ach deswegen ist ja auch ein Brunnen. Aha. Okay. Rüstung wieder anlegen. Zack. Ähm. Ich höre ein Hintergrundgeräusch. Ein sehr lautes. Bei mir? Das ist mein Computer. Achso. Beziehungsweise das ist der Lüfter. Ich weiß nicht. Der schabt gerne irgendwo mal an irgendwas rum. Und ich hab noch nicht rausgefunden was das ist. Aber wenn ich mal ganz laut an den Computer klopfe hört es immer auf. Hm. Merkwürdig. Jetzt ist es ruhiger ja. Ja. So. Ähm. Ja. Süden. Ich bin jetzt gleich gleich an der südlichen Spitze. Hier gibt es leider nicht sehr viel. Wo bist du? Bin auch irgendwo da. Hm. Hahaha. Ich möchte auch mal gerne solche Flügelschuhe haben. Tausend Huhn rupfen. Gold müsste man mittlerweile genug haben um es auch brennen zu können. Spanis. Oh Süden. 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 Da lang. Pfff. Pfff. Problem dabei ist ja, dass wir eigentlich von da kamen. Oder? Aus dem Süden kamen wir nicht, ne. Doch wir sind irgendwie da unten gekommen. Durch den, durch den Fluss da dachte ich gerade wäre es so gewesen. Ne. Ich bin jetzt schon wieder an dem Turm. An dem halben Turm. Der müsste hier irgendwo sein. Ja. Bei dem Boot, was wir da entdeckt haben. Das Piratenschiff. Süden. Süden. Mhm. Hm. Da oben fliegt dieses komische Viech wieder. Das ist ein Geier. Hm. Hm. Die Türe ist ein Geier. So. Was hab ich denn hier? Scale. Äh. Jawanimo. Gunpowder. So. Mio. Mio. Ich mag meine Schuhe. Mio. Mio. Ich hab keine Ahnung wo du bist. Echt? Hier. Ich bin hier. Alles gut. Ich seh da hinten nur irgendwas brennen. Ach da bist du. Hi. Hi. Okay. Ja du wolltest noch? Dann lass uns doch einfach Richtung Süden schwimmen noch ein Stück. Mal gucken was als nächstes für ein Land kommt. Okay. Achte bitte auf deinen Hungeranzeiger. Ja. Ich hab's auch grad gesehen. Siehst du das wie viel Hunger ich habe? Nö. Das war jetzt eigentlich geraten. So. Ich fahr dann schon mal los. Du müsstest ja auch noch ein Boot haben ne? Ja. Okay. Äh. Ich hab meinen Thema vergessen zu stellen. Das werden wir gleich mal nachholen. Klick. Back to Eat. Back to Game. Beim mal auf. Glätsch. muy bien. Ist ja schon wieder. on the hoof. Ja. Mh liess nie wieder gleich rein wollen. Gehst du links rum oder rechts rum? Ich fahre auf der Karte rechts rum, aber aus meiner Sicht links rum. Ich fahre dir mal nach. Die sieht doch nicht besonders einladend aus. Da hast du noch ein Boot. Oh, ein Königsboot. Was? Wie ein Königsboot. Ja, das sieht aus, als ob da die, das so... Die Garde. Ja, das ist halt rot. Rot, rot, das Boot. Rot. Klar zum Entern beim Teutates. Ja, Mann, du kannst nur so hoch springen. Ja, das wird... Ein goldener Typie. Oh, guck mal, er will dich hauen. Er kann sie hauen. Tatsache. Stürb. Oh. Danke. Ich erwischt. Tut mir leid. Das war keine Absicht. Da ist nichts, hier hinten geht's runter. Unten ist bestimmt noch einer. Ja, wahrscheinlich. Oh, es hat bis runter geblutet. Nee, hier unten ist keiner mehr. Echt nicht? Der war ganz alleine auf seinem blöden Boot? Ja. Okay. Hier unten ist auch nur eine Kiste gewesen, in der Gold und Spöcke waren. Mhm. Ja, nicht. Weiter. Ach, das sind ja Halbstufen. Ich hab mich schon gewundert, warum das so lange gebraucht, bis die abgebaut sind. Na, dann machen wir mal das Blut noch weg. Zack. Zack. Da ist ein Schwein. Ne, sowas. Es schwimmt. Ist halt eine Seeschwein. Ne Seesau. Eine Seesau. Genau. Ach mein Gott. So, da ist wieder ein Turm. Wo? Na, direkt vor uns. Ich mach jetzt nicht. Ey, wenn wir uns an dem Turm außen nach oben bauen würden... Würden wir den Gullend direkt auslösen und der würde alles hochklagen. Ja, natürlich doof, da hast du recht. So, ich geh jetzt weiter nach Süden. Aber den Turm könnten wir trotzdem nehmen. Ey, aber nicht als Bleiber. Ne, aber dann wäre mal ein bisschen Action wieder. Ja, aber ich hab doch keinen Platz im Inventar. Oh, guck mal, hier. Hier können wir dann anfangen zu bauen. Was bist du? Wie? Wo? Wo denn? Wie jetzt? Hä, was machst du noch? Guck mal, Richtung Land lang. Ich seh dich da hinten am Boot noch. Ich seh dich noch mitten auf dem Wasser sitzen. Ähm. Du backst bei mir im Wasser rum. Tja, soll ich dich mal zu mir teleportieren? Aber dann ist dein Blut kaputt. So, ich bin jetzt hier an Land. Ich bin auch gleich da. Warte. Ha, jetzt seh ich dich an Land. Wie jetzt? Ja, ist komisch, oder? Aber hier ist so eine schöne Ebene. Das legt auch gerade dazu ein, das zu machen. Hier was zu bauen. Hup. Ja, hier sieht's doch ganz, boah, faszinös aus. Und hier ist ein Brunnen schon gebaut. Kaputt gemacht? Ja, ich hab's kaputt gemacht. Oder? Nö. Was ist denn das hier? Voll geil. Hier ist ein Leiter. Warte. Ein trockener Brunnen? Nee, nicht, nicht. Geh nicht da rein. Geh nicht da rein. Nichts abbauen, bitte. Könnte dein Tod sein. Wo bist denn du? Hier in dem Brunnen. Ach so. Wo denn? Ähm, ich bin jetzt in der Mitte der Insel. Auf gar keinen Fall da reingehen. Komm bitte wieder raus. Ich komm wieder zurück. Da bin ich. Guck. Ich nicht. Ich war noch gar nicht drin. Ich war ja noch gar nicht drin. Bau dich mal außen hoch. Wie bitte? Bau dich mal außen hoch. Bau dich mal außen hoch. Nee, nee, am Brunnen hoch. Am Brunnen hoch. Ähm, da brauch ich irgendwas zum Bauen. Ich hab nix zum Bauen dabei. Drei, vier. Bitte. Oh, grazie. Ja, so, jetzt bin ich oben. Ähm, nicht mitten drauf stellen. Oh, okay. Nicht weiter gehen. Ui. Das sah hier nach Lava aus. Das war Lava. What the fuck? Das ist eine Falle. Das Glas? Fällt dir auf, dass hier das die Wände also um die Lava rundherum aus Kies sind? Nö. Und fällt dir weiterhin auf, dass der Kies auch zur Befestigung der Leitern genutzt wurde? Aha, cool, jo. Nee, eigentlich nicht, weil sobald du hier unten was wegbaust, reißt es die ganze Scheiße ein. Das ist cool. Wahnsinn. So. Warte, ich hab die ganzen Leitern. Ach. Ich hab die Leitern eingesammelt. Ich hab auch irgendwelche Eingesammelt. Eingesammelt. Hm. Aber ich nehme das Gold jetzt trotzdem mal mit, weil jetzt kann ich ja. Da ist was gebaut. Yay. Hinter mir. Also wenn du jetzt mich siehst, ja, hinter mir. Da ist was, wo wir hin können. Da können wir auch drin bauen. Das können wir ausbauen. Wow. Nee, das war jetzt blöd, hier reinzuspringen. Ja, das ist auch gar nicht mein Plan. Bauer einfach den Kies am Rand ab. Ich hab noch Leitern. Na, oder so. Hätt ich eigentlich auch machen können. Naja, zu spät. Hab ich aber noch eine Leitung übrig. Toll. Ähm. Wo kommt denn das Wasser hier her? Weiß nicht, war schon da. Na, sowas. Oh man. Jetzt hatte ich auch noch einen guten Leck. Ich versteh nicht, wo das Wasser herkommt. Naja, es ist ein Brunnen. Ja, okay. Macht Sinn, dass das Wasser hier drin ist. Achso, Jana, okay. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass du recht hast. Hm, woran das wohl liegt. Zelda-Kraus. Ähm. Da hinten ist eine Burg. Und da ist ein Turm. Ich hab den Brunnen dann mal abgelassen, ne? Den schon nicht mehr. Jetzt sehe ich ihn. Bist du nicht mehr hier drin? Nö. Ich dachte, du wärst noch drin. Und Kühe. Und Sonnenblumen. Hier ist es schön. Ja, hier können wir doch bauen, oder? Ja, da hinten ist eine Festung. Die können wir einnehmen. Oh, geil. Oh, da haben wir nichts gebaut. Aber wir können das Dorf ringsherum bauen. Oh, blabba. Dorf? Welches Dorf? Na, um eine Burg ist immer ein Dorf. Bin ich jetzt skeptisch, ob das dort auch so sein wird? Meine Herren, ey. Ich wollte was bauen und nicht schon wieder was erobern. Da ist schon wieder eine Mine. Ähm, hier sind zwei Sachen. Mhm. Wir gehen bitte erstmal in das Kleine, oder? Ich weiß es auch nicht. Das Kleine ist schnell erobert. Ja, okay. Dann lass uns das Kleine erobern und dann das Große zerstören. Nein. Große ziehen wir dann ein. Ähm. Ich weiß nicht, wo ich hier landen muss. Ich hab keinerlei Platz. Ich hab auch nicht. Das ist ja mein Problem. Ich hab noch einen Rucksack vorhin gebaut. Machen wir jetzt Platz. Warte mal. Ah, ich weiß, was ich mach. Ich platziere hier oben. Ich hab grad irgendwas lachen gehört. Ähm. Ich hab grad gruselig. Ja. So. Ich hab ja nicht gehört, wo sie hingeflogen. So, ich seh's. Dann pack ich mal die Backpacks erstmal rein. So. Blum, blum, blum. Jetzt konnte ich die alle nicht aufsammeln. Du blöde fucking Spinne. Ich stirb. Und da viele Kühe. Ach so, du hast ja grad ne Truhe. Ja, die ist aber schon fast voll. Ich hab nicht viel. Ich hab das meiste im Backpacks. Nein, ich hab... Mir fehlt ein Holz. Verdammt. Ich hab ne Truhe. Dann nehm ich mir noch das Dschungelwood. Und dann baue ich noch ne Truhe. Ich stelle jetzt meine Hose aufsetzen. Ja, jetzt hab ich ne blaue Hose. Oh, hübsch. Eine helle Jeans. Ja. Pack mal meine rechts oben hin. Okay. Ich guck erst noch mal meine Backpacks selber rein. Das nehm ich mit. Ne Bastelkiste nehm ich mit. Holz nehm ich mit, um was zu essen. Weil währenddessen... Und Pfeile. Ah, ja, ja, cool. Ja, was? Ich hatte mir jetzt die kurze Idee, dass es ja ganz toll wäre, während wir da drin sind, dass das ganze Eisen schmilzt und so. Ähm, ja. Wo ist denn die ganze Kohle hin, ey? Weiß nicht. Haben wir sie mitgenommen? Ich hatte nen Arsch voll Kohle, ja. Und... Creeper, weg! Zu spät. Und er hat die Kisten... Ah, ich hab die ganze Kohle gefunden. Scheiße, da waren auch meine Rucksäcke drin. Ich hab zwei Rucksäcke hier drin. Eingepackt. Hattest du zwei oder hattest du mehr? Ich hab zwei. Wie, du hast zwei Rucksäcke? Ich hab zwei Rucksäcke aufgenommen. Und deine Rucksäcke? Die hab ich noch einstecken. Fuck. Ach, das ist ja doof jetzt. Ich hab hier sowas wie ne Höhle gefunden. Nein, wir gehen da jetzt nicht rein. Äh, ja, so. Kommst du bitte wieder her? Ich bin doch da. Keine Angst, keine Angst. Ah, ja, ja, ja. Okay, während du jetzt hier irgendwas machst, werde ich mal versuchen, uns zu schützen. Vor den heiligen Kühen. Nein, da gehen wir jetzt auch nicht hin. Ich möchte jetzt hier irgendwie endlich mal meinen ganzen Loot weg loswerden. Ohne, dass er kaputt geht, mein ich. Hast du zufällig mal ne Axt? Ja. In den Rucksäcken? Nö, im Inventar. Hast du mal ne Axt für? Ich hab aber auch noch Holz. Was brauchst du denn? Was willst du denn? Ich wollte gerne eigentlich ein bisschen holzen gehen, weil ich so wenig Holz habe. Ähm. Ich wüsste gern meine Rucksäcke gesichert. Wie gesagt, ich hab kein Holz. Was ist denn eigentlich das hier? Habt ihr die Kisten zu Donut? Wohin? Ja. Bitte, Kiste. So, deine, deine. Holz. Und das sind meine, meine, meine. Ah, mir schläft die Hand ein. Holz. Schnau. Samen. Sand. Und ich packe jetzt einfach mal den ganzen Kladderadatsch da rein. Den ich so nicht direkt brauch. Quasi gar nicht brauch. Oh, das ist ja auch voll. Alles voll. Ja, nee, meine, meine Rucksäcke. Ich dachte, der eine wäre nicht ganz so voll gewesen. Ich mach mich jetzt an dieses Boeck-Ding hier. Ja, dass sie alle töten. Äh. Eisenbeinschutz. Exklusionsschutz 2. Golden Bow. Windgrenade. Was auch immer das ist. So, warte mal. Ach Gott, wa- Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, bitte. Komm, komm mal her. Ich komm. Support dich. Also, ich glaub, du kannst grad nicht, du kannst nicht so hoch springen. Support dich. Hörter, bitte. Hörter, ich will ja, eigentlich wollte ich gerade unsere Thun einbauen. Und dann musst du Shift drücken. Wow. Sehr, 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 sehr cool. Was auch immer ist, ist es sehr, sehr cool. Wir können hier auch nochmal reingehen, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob ihr irgendjemand erwartet. Fuck. Noch irgendwas zum Bauen hier. Boah, ist das mal cool. Also, ich bin dafür, dass wir hier einziehen. Ich finde das richtig schön verwinkelt und cool. Okay. Ich mach' ne Fackel rein. Da, jetzt ist es unser. Bitte wundere dich nicht, dass ich hier irgendwelchen komischen Quatsch baue. Aber das ist nur sicherheitshalber. Ich will nicht, dass unsere ganze Loot verloren geht. Kannst du auch hier reinbauen. Sicher. Ist das safe, ja? Da drin. Ja, ich finde es sicher. Ich find's hier super. Und hier sind Schuhe mit, 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 mit. Was ist das? Mit Federvall. Bring' die mal rüber. Yay. Yay. Oh. Hi. Hi. Ähm. Ja. Wir sind halt aus Gold. Hast du noch ne Hose? Das heißt, die halten nicht lange. Oh, ich hab's wieder. Blast Protection. Das ist ja cool. Aha. Feather failing. Äh, falling. Was heißt? Tja, irgendwie. Weniger Schaden, wenn du fällst. Hm, naja, das ist. Naja. So. Hat man den noch da? Ich bräuchte mal packeln. Wir haben hier ganz viel Kohle noch drin, in den Dingern. Hm, ich schmuckst mir grad mal welche. So. Ja, Zubi Fleisch kann man hier tatsächlich grillen. Und dann kann man nämlich damit... Das sieht dann so ein bisschen aus wie Leder mit Striemen, oder? Aber ich hatte schon Feather Falling Meteoriten Schuhe. Hast du mir die grad gegeben? Nee. Weiß not. Nee, nee. Nee, nee. Komm mal mit, bitte. Ich möchte dir das sehr gerne zeigen. Ich bin... Auf... Ich bin schon ganz ungeduldig, weil ich's so voll finde. Halt, warte, ich hab hier noch die ganzen Gold und so'n Krams will ich noch rauspacken. Alles, was wertvoll ist da rein. So, alles ist wertvoll, es ist drin. So, okay. Bereit. Rüber. Hüpp. Dup, 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 dup. Irgendwo hier ging's raus. Trischig. Und jetzt? Oh, du kommst nicht da hoch, wenn's so wird. Bitte? Komm mal her. Komm mal da. Du musst aber Schiff drücken. Schiff ist ganz wichtig. Schiff ist für dich quasi lebenswichtig. Die Truhe da oben hab ich schon gehört, looted. Ich würd da hochgehen. Ja, die Truhe ist gelootet. Ähm. Aha. Schiff drücken und runtergucken. Ja, mach ich. Das sieht aus wie ein riesen Stollen. Sehr cool irgendwie. Ich möchte da gerne rein. So was hab ich nämlich noch nicht gesehen. Ich bin ganz aufgeregt. Hallo. Ich hab nur noch drei Fackeln ver... Verdammt. Wo? Doppeltreppe? Was hab ich noch nie gesehen? Oh, da ist ein Gegner. Ein Snow Goblin Archer. Wo denn? Wo denn? Warte, ich heb ihn auf. Ich hoffe, er stürmt mich. Schnell, 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 schnell. Au. Wo bist du? Hier ist noch ein Goblin Archer. Bist du? Ich bin drinnen. Wo bist du? Wo reingegangen? Geh nochmal zu der Truhe. Da oben? Ja. Ich hab mir da einen Weg reingebaut. Aber es gibt doch Wege. Da war schon offen. Ich hab bloß noch die fehlenden Steine, um da rein zu gehen, gesetzt. Da oben. Hallo. Und Achtung, da drinnen ist ein Archer. Okay. Au. Hier, da siehst du ihn? Ah. Süß. Oh, ist das süß. Ich dachte jetzt, das war ein Echo, aber es war gar kein Echo. Nein, das ist das Kibbel. Hier kann man nach außen. Hier. Hier. Da sind noch mehr von diesen kleinen Wichten. Ich bin gerade auf dem Weg nach unten gewesen. Warte mal auf, du machst mich gerade buschig. Hey, es kämpft. Es bekrämpft mich. Ja, uncool. Es bekrämpft mich. Ja. Ich hab keine Ahnung. Wie bist du da rausgekommen? Aber es macht lustige Geräusche. Ähm. Ach, komm. Was soll's hier? Zack. Da ist eine Treppe runter zu. Ja, da ist ja schon wieder einer. Kommt denn die jetzt her? Ich bin neben dir. Hallo. Oh, je, hi. Ist es nicht toll, dass ich die alle anzünden kann? Ja, aber die klingen irgendwie komisch. Klingt nicht gesund. Es ist sehr süß, ja, aber es klingt irgendwie nicht gesund. Es klingt wie splitterndes Glas. Ach so, hier bist du raus. Ah, okay. Ja, hier oben. Na, dann geh ich mal wieder runter. Ähm, hast du Fackeln? Ja, hab ich. Das wär echt cool, wenn du mitkommst und dann ausfackelst. Mann, ich... Welche Treppe bist denn du gerade runtergegangen? Ja, genau die. Guten Tag. Ich hab mich hier gerade rausgebaut. Warte, ich baue das mal wieder zu. So. Ja, bitte. Hä? Ah. Da war noch eine andere Treppe. Oh, oh. Ich weiß nicht, soll ich ihn drücken? Soll ich ihn nicht drücken? Wollen wir... Gehen wir doch einfach mal rein. Man kann reingehen. Man kann durchgehen. Was würde der auslösen? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht mal drücken. Also, so wie ich mich kenne, würde ich erstmal aufbauen und gucken, was da hinter ist. Was er auslösen könnte. Auslösen könnte. Aber er löst nichts aus. Da ist ja auch nichts. Das ist ja nur Optik. So. Habt ihr Optik mal mitgenommen. Oh, hier ist eine Truhe. Wo? Mit ein bisschen Fleisch und Äpfeln. Ja, toll. Du bist bei der Runde gerannt. Oh, hier geht es noch. Noch eine Truhe. Juhu. Warte. Ganz viel Fleisch. Und Kekse. Schokobolek. Schokobolek. Kekse. Ich will Kekse. So, hier in der Truhe drin. Oh, Gegner. Hier auf der anderen Seite. Da unten, Gegner. Ja, geh erstmal auf die andere Seite und hol dir deinen Kekse ab. Kekse. Da unten ist ein Gegner. Kekse. Och Gott, ich bin der Kleine hier. Ein kleiner Koblin. Ihr feiner Koblin. Ihr feiner Koblin. Ja, komm mal her. Oh, jetzt hab ich ihn kaputt gespielt. Oh. Das könnte man jetzt auch nicht verstehen. Ähm. Oh. Ich hoffe, hier spawnen keine Creeper. Hier ist eine Kuh drin. Oh mein Gott. Guck mal nach da unten. Sieht gefährlich aus, oder? Also, da möchte ich nicht runterfallen. Leuchte hier mal ab und zu. Ich hoffe, das war ich nicht. Ich hoffe, das war ich nicht. Oh, noch ein Koblin. Hallo. Autschen. Oh, Mini-Goblin. Oh ne, Schnee-Goblin. Ist ja voll blöd. Die sind voll schwach. Oh, Fackeln. Okay, ich hab die Kiste mit den wertvollen Sachen gefunden. Äh. Ich hab auch keine Kiste gefunden. Ich hab dann die mit den wertvollen Sachen. Iron Decker. Aha. Wo bist du? Oh, der Helm ist cool. Schuss sicher 3, Atmung 2, Wasseraffinität 1. Da bist du. Diamant. Diamantmützchen. Ich hab auch was tolles gefunden. Das nennt sich, äh, Brown Backpack. Guck mich mal an, guck. Das ist bestimmt ein großer. Guck mal, guck mal. Cool. Nettere Helm. Ja, hübsch, ne? Brown Backpack. Nö. Und was hast du schon? Und Portion of Harming Instant Damage. Okay. Und Elektroessenz. Mhm. Oh, und ich hab noch Lime-Green Backpacks. Cool. Sehr gut, die sind. Großer. Ne, die sind genau so groß. Ja? Ja. Hörer wieder welche. Mit Goldklamotten. Kommst du? Bitte? Moment. Ich muss grad mein Essen wieder finden. Ich hab's irgendwo reingepackt. So. Oh, hier sind mehrere. Kommst du bitte mal. Wo bist denn du doch schon wieder hin? Wow, was war's denn? Bist du hoch oder bist du raus? Es ist rau, es ist rau, es ist rau, es ist rau. Kommst du bitte jetzt endlich? Ja, dann lauf doch nicht immer von mir weg. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, irgendwo da noch. Oh, ich seh ihn dann. Hi. Ich renne jetzt weg. Toll. Ja klar, gehen wir auf mich los, du Mist Krigato. Ist er jetzt bald mal tot? Ist man. Oh oh. Der hat... Irgendwas. Oh, ich bin hier weg. Ja, ich renne auch gerade nur noch. Ich ja jetzt länger bleibe, sterbe ich. Oh oh. Er hat mich eingekesselt. Er hat mich eingekesselt. Ne, einer sollte sich fern, äh, draußen halten. Sodass er nicht stirbt. Ich baue mich hier gerade wieder raus aus der Burg. In der Hoffnung, dass es klappt. Was, abzut du nicht in Lala? Oh, wie dick ist denn diese Kaka-Burg, Junge? Ich bin gleich tot. Ich sag dir mal meine Koordinaten. Oder ich nicht. Ich, ich lasse es. Ne, ich bleib draußen. Du kannst zu mir teleporten. Du weißt dann genau, wo du, wo das ist. Okay. Stopp. Jetzt, endlich. Okay, ich bin aufgeladen. Ich bin... ...tot. Ich bin bei mir am, am Bett. Oh, Player 100Fund. Ich hab mich verschrieben. Hä? Wo bist denn du langgerannt? Da oben ist... Wah, Schreck. Oh, ne, da klar. Ich bin irgendwie... Ich versuche meinen... Innen, der blöde Mistkrücke. Ich hab keine Ahnung, wo ich langgelaufen bin. Der bleibt ja da hinten lang. Okay, hier schon mal nicht. Okay, hier war ich noch. Er kommt nicht mit raus. Jetzt kam nicht mit nach draußen. Wie gesagt, Informationen für dich. Es kam nicht mit raus. Ja, Informationen für dich. Ich seh nichts. Wie du siehst nichts? Mein Zombie hat mich gerade angegriffen. Oh. Wow. So viel zum Thema. Das geht aber ganz schnell. Och, ich hab sogar unseren Eingang gefunden. Ich baue mich her. Ich baue mal die Tür zu, Ed. Wahnsinn, unglaublich. Ich meine ganze Rüstung ist weg. Oh, schlecht. Ja, allerdings. Ich hab nur noch meine coolen Hosen. So, ich wag mich noch mal rein. Gerade eben hatte dieser Kribbel nämlich nur noch irgendwas um die 300. Ich hab keine Ahnung warum, aber irgendwas macht mich immer blind. Das ist das Viech. Ja, aber der greift mich doch gar nicht an. Ach, aber trotzdem. Hast du deine Sachen wiederholen können? Nein. Ich weiß nicht mal mehr, wo das war, genau. Ich versuche es zu finden. Ich habe jetzt gerade einen. Ehrlich? Okay, ich habe ein paar Sachen. Hab ich. Okay. Vieles habe ich auch schon gefunden. So ist es nicht. Hi. Hi. Ich rechne jeden Moment damit, dass der Kribbel wiederkommt. Das ist von dir. Das ist von dir. Du müsstest dich mal umdrehen, bitte. Das ist deiner Überforderung. Gib dir den mal noch mit. Gib dir noch ein paar Kekse. So, die Kekse von mir ist egal. Pack die mal bitte mit in dein Backpack. Das ist die Kekse? Ja, das Zeug, was ich dir jetzt noch mit hingeschmissen habe. Okay. Wo ist dieses blöde Viech? Es ist nicht gestorben. Ich habe es nicht töten können. Es muss hier irgendwo sein. Jut. Ich bin hinter dir. Dieses dofe Viech muss hier irgendwo sein. Ich bin nur. Ich gehe runter. Nein, wir müssen. Oh, jetzt sind wir tiefer. Hier unten hat es mich. Da ist nicht gestorben. Ein Goblin Berserker habe ich gerade gefunden. Okay. Ich will ihn quietschen. Ja. Au. Das wollte ich. Nicht. Cripper. Ja. War eine Druckplatte. Hier geht es noch tiefer übrigens. Warte mal, hier drüben war auch noch was. Und da ging es nicht tiefer. Lass mal Licht machen. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Stopp doch endlich, du Kackagoblin. Ich habe sowas von Hunger. Oh, cool. Ein Revolver. Nichts zu essen drin war. Da ist ein Revolver drin gewesen. Echt jetzt? Ne, ich lüge. Hier vor mir. Der war da drin. Und Giftteiler. What the fuck. Cool. Warte mal. Hm. Das wäre was für dich. Feuerschutz. Ich muss jetzt mal was essen hier. Das geht ja mal gar nicht. Explosionsschutz. Okay. Das war's. Der dunkel hier war. Oh ja. Allerdings. Ich höre wieder einen Goblin. Ja, ich auch. Ich glaube, der kommt hier von eins zu und weiter unten drunter. Nicht runtergehen, bitte. Bin leider schon da. Oh. Ah, bist du doof, du blöder Goblin. Hier kann man einen Goblin beobachten. Hm, warte mal bitte. Ich komme. Bin da da. Oh. So. Los. Wo bist denn du noch? Ich bin da. Alles gut. Bist du wohin? Ich bin neben dir irgendwie. Okay, ich sehe nicht mal deinen Namen. Hallo. Ah, da. Hallo. Ja, bleib stehen. Ich bin hinter dir. Ich habe nicht. Tommy. Tommy stirbt. So. Wart mal, komm mal mit, bitte. Ja. Bin dafür, dass wir erstmal auf die andere Seite gehen. Ich bin dafür, dass wir erstmal auf die andere Seite gehen. Okay. Aber das ist natürlich blöd für die ganzen Leute jetzt, dass wir den Part unterbrechen. Und ich jetzt auch noch Schluss machen muss für heute. Wow. Was ist das? Dann machen wir den Part doch einfach mal noch. Wow, ich habe hier was Gutes gefunden. Und ich habe hier was Gutes gefunden. Ich habe hier. Ich habe hier schon wieder lachen. Alter. Hammer geil. Komm, wir bauen uns hier erstmal ein. Okay. So. Fach Licht. Huch. Futter. Ja, ja, hier kann man leben. So, okay. Achso, scheiße. Ist jetzt natürlich doof. Ich brauche hier mal irgendwas anderes. Zack, zack. Damit wir auch noch wissen, wo wir lang müssen. Beim nächsten Mal. Zack, zack. Zack. Äh, ja, zack. So. So, ich packe hier... Machen wir jetzt hier erstmal ein dezentes Päuschen. Das ist ja doch ein mega Ding gewesen, ey. Und es ist eigentlich das Kleine. Guck mal links oben auf die Karte. Ja, warte, ich gucke mal auf die Karte. What the fuck. Wobei ich aber glaube... Drücken wir mal M. Da ist was in Regenbogenformen. Hä? Da sind Regenbogen... Da oben bei dem. Da sind Regenbogenformen. Coolio. Und da drüben ist auch nochmal was. Rechts neben unserem, wo wir jetzt sind. Ja, das sieht aus wie Village. Ah, so in die Richtung. Wir bauen, denke ich mal, hier. Also wir werden jetzt irgendwas von diesen Sachen übernehmen, würde ich mal sagen. Aber hier ist so ein bisschen was, was man erkunden kann. Okay, also ich möchte dann mal vorschlagen, als Plan fürs nächste Mal. Wir versuchen wieder da teile erstmal rauszukommen. Bauen uns ein Lager auf. Packen da unsere bisherige Loot rein und dann rocken wir nochmal das Ding. Ja, ich nenne es jetzt Regenbogenburg. Okay. Ey, guck mal, hier ist irgendwas wie ein Auge. Wo? Warte mal, gehen wir auf die Karte. Wenn du mit der Maus da kannst du ja dir die Koordinaten zeigen lassen. Davon, wenn du mit der Maus irgendwo einfach lang gehst. Ja. Und bei der Koordinate 1574. Warte. Da, da. Und 1400, er macht 1500. Ich weiß, was du meinst. Das sieht aus wie ein Earthverse. Keine Ahnung. Habe ich im Singleplayer schon mal gesehen. Unten drunter ist es spannend. Okay. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es lieber heißt, let's play Hexit. Let's baue Butzer. Let's schnetzel kleine Monster. Ich würde mal sagen, wir bauen uns dann in die Richtung wieder hoch. Ich wäre ja dafür, dass wir hier rüber gehen, weil... Ja. Wohl, nee, das war ja Zufall, dass wir das gefunden haben. Das war woanders. Ich glaube, in die Richtung... Ich habe keine Ahnung. Irgendwo war es schön zu bauen. Ja. Ich würde nur schon mal ein bisschen Aufgang bauen. Dann noch mal kurz raus. Eins, zwei, drei. Das macht uns zu. So, ich habe ja nicht mal fackeln. Hier wollte ich nämlich eigentlich mal noch rausgehen. Ja, ich wollte eigentlich erst mal irgendwo noch rausgehen. Wie gesagt, die ganzen Loots helfen. Hier, wo ich jetzt bin. Oh, hier kann man jetzt hochfahren. Wo bist denn du noch? Ich sehe da auch deinen Namen nirgendwo. Doch, da. Ich habe Bett gefunden. Bett 10. Ich habe ganz viele Betten gefunden. Echt jetzt? Ohne Scheiß? Ich glaube, die schlafen hier, ja. Bist du hochgelaufen? Das sind noch mehr Betten. What the fuck? Okay, cool. Ich bin rübergegangen. Aber hier hinten ist noch mehr. Und ich glaube, das sind auch Kisten. Ja, das sind Kisten. Das sind zwei Kisten. Okay. Nein, nein. Ich wollte nicht schlafen gehen. Na, na, na. Okay. Okay, dann bleiben wir erst mal hier bei den Betten. Da. Vollstiefel. Erstmal hier alles rausholen, ja. Zack, 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 zack. Oh, warum nehmen wir uns nicht zwei Betten mit und gehen drunter? Wir wollten ja eigentlich gerade eben schon die... Ja, eben. ...vorgeben. So, ich habe zwei Betten. Ich habe auch schon zwei Betten. Da hat ich jetzt wieder halt zwei, mein Gott. So. Sehr, sehr cool. Gucken. Ne, von hier sind wir nicht gekommen, oder? Von da kamen wir. Affen da. Von da. Mist. Wollt ihr eigentlich noch mal schnell hier hüben gucken? Ne, 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 ne. Ich mache jetzt hier erst mal ein Partender. Oh, fuck, man. Ich höre hier, wie sie irgendwas zaubert. Ja, ich höre es auch. Kommst du? Ja, ich wollte nur mal gucken. Jetzt kommt ihr nichts mehr besonders. Leider. Oh. Gepflegtes Schiff zurück hin. Ich leuchte mir mal hier noch ein bisschen aus. Pitsch, pitsch. Hallo. Was? Wie jetzt, hallo? Ne, na. Ach, da bist du ja endlich. Ja, ja, alles gut. Ich gucke mal. Okay, kommen Sie rein. Zack, zack. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ähm. Ach so, Betten platzieren, ne? So. Behalt jetzt immer eins in meinem Inf. Ich platze mich da. Oh nein, wir können nicht schlafen, weil Monster nebenan. Dann müssen wir die jetzt doch erst noch töten. Also, ich töte jetzt hier keine Monster mehr. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ich muss ja auf Arbeit noch heute. Verdammt. Okay, also, Leute. Ich bin weltlichen Zwänge. Echt mal voll doof, ey. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es Ola war. Wenn es wieder heißt, let's play, ähm, ähm, Hexet. Macht's gut. Bis dahin. Und tschau'sen. Tschüss.